Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Generatoren, check. Generatoren haben wir gemacht, jetzt kommen wir uns um den Motor. Es hat einen Nebenschlussgenerator gegeben, den haben wir besprochen. Gibt es ein Video dazu, kann man sich anschauen. Heute sprechen wir über den Nebenschlussmotor. Ich habe da wieder alles eingezeichnet, alle möglichen Windungen, die es so gibt. Also E-Nebenschlusserregerwicklung. A-Ankerwicklung, B-Wendepolwicklung. So schaut das aus. Wie hängen wir das jetzt an? Da oben haben wir wieder die zwei Versorgungsleitungen mit der Spannung U dazwischen. Nun fahren wir mal in die Erregung rein, fahren wir da oben weg. Vorne hier rüber in die Erregung. Dass wir die Erregung einstellen können, mache ich hier einen Widerstand hinein. Damit können wir den Erregerstrom variieren. Das ist der RF. Gut. Mit der Erregung sind wir fertig. Da sind wir fertig. Da fahren wir zurück. Und jetzt rinnt schon der Strom. Rinnt schon der Erregerstrom IE. Da rüben haben wir den Spannungsabfall IE mal ERE. Eigeninduktivität der Spule brauchen wir nicht berücksichtigen, denn wir haben ja keine sich ändernden Magnetfelder da drinnen. Passt. Und sich ändernden Ströme. Passt. Da rinnt man zurück. Da draußen ist praktisch die Spannung U. Zwischen hier und hier haben wir die Spannung U liegen. Das ist so, wo wir aufsteckt sind. Mit diesem RF kann ich jetzt eine ERE praktisch auf und da dran und kann die Erregung entsprechend variieren. Wie hängen wir die anderen zwei Sachen an? Nun, Ankerstrom, Anker. Anker hänge ebenfalls über den Widerstand an. Warum, werden wir gleich sehen. Der ist der RV. Auch der ist veränderbar. Manchmal stufenweise. Und dann fahren wir da raus. Fahren da unten in die Wendepole rein und kommen da zurück. Fertig. Haben wir schon schön verschalten. Das heißt mein Mikro. Haben wir schon schön verschalten. IA, der Ankerstrom. Da draußen rinnt I. Da unten treffen wir sie wieder, da rinnt I zurück. Passt. So schaut das aus. So schaut also der Nebenschlussmotor aus. Ich kann also im Prinzip die Erregung und den Ankerstrom mit dem RV, das kann ich alles ändern. Das kann ich alles ändern. Erinnern wir uns an diese Gleichung hier. Die haben wir beim allgemeinen Betriebsverhalten, gibt es auch ein eigenes Video mal hergeleitet. Wenn ich genau diese Gleichung hernehme, genau die gleichen Überlegungen, die wir hier gemacht haben. Da UI haben wir gehabt. UI zeichnet jetzt da noch her. Die innere Spannung, die halt vor der Drehzahl herkommt, also mit dem Omegren, die halt durch die Induktion herkommt und so weiter. Haben wir besprochen. Und der einzige Unterschied ist, dass da er ist. Der ist, den habe ich hier nicht eingezeichnet. Der ist halt da drinnen irgendwo in dem Anker. Das ist der Ankerwiderstand. Und dann gibt es ein RV. Der I ist üblicherweise sehr klein. Üblicherweise sehr klein. Und dann gibt es halt ein RV dazu. Das heißt, den muss ich da auch herum dazu ziehen. Aber im Endeffekt ergibt sich die gleiche Formel. Das heißt, meine Drehzahl N ist gleich. Das UA dividiert durch 2Pi K mal Phi. Das UA ist natürlich hier. Das sind wir da. Da ist das UA. Und dann haben wir noch das Rhym minus, und das schreibe ich jetzt in einer anderen Farbe, dass wir das gut erkennen können, RI. Nur diesmal haben wir eben nicht nur RI, sondern habt das RV noch dazu, plus RV. Und dann habe ich dividiert durch 2Pi Klammer auf K mal Phi Quadrat. Und dann habe ich noch hinten das MI. Jetzt schreibe ich auch noch dazu. Mal MI. Also wir haben wieder ganz gleich hier eine Leerlaufdrehzahl, wenn das M nämlich 0 ist. Und wir haben hier rüben, haben wir eine Steigung. Und die Steigung kann ich diesmal mal aussuchen, weil ich sie ein V ja aussuchen kann. Negative Steigung, Minus haben wir drin. Erinnern wir uns bitte, wie das ausgesehen hat. Das muss ich da auch irgendwo liegen. Da, da. So hat das ja ausgesehen. Und genauso schaut es jetzt auch hier aus. Das heißt, da habe ich ja irgendwo mein N. Da habe ich irgendwo mein M. Da gibt es hier irgendwo eben ein N0. Und dann habe ich da praktisch so die Steigung ein bisschen drin. Kommt jetzt darauf an, wie groß der Anker wieder stand ist. Ich zeichne das jetzt hier einmal ein. So. Und dann gibt es hier irgendwo da ein maximales Moment. Erinnern wir uns bitte auch beim Moment. Was war das? K mal 4 mal I A. Das ist vom Ankerstrom abhängig. K mal 4 mal I A ist vom Ankerstrom abhängig. So. Jetzt haben wir das Moment, dass es vom Ankerstrom abhängig ist. Ja. Und die Drehzahl ergibt sich eben daraus. Gut. Wie kann ich jetzt die Drehzahl variieren? Haben wir gesagt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich variiere die Ankerspannung. Dann muss ich den Anker aber an einen Gleichstromsteller legen. Okay. Haben wir Gleichstromsteller, Gleichspannungssteller. Stufenlos variieren kann ich stufenlos variieren. Oder ich variiere eben das Rv. Also bei stufenlos variieren von der Spannung. Wären wir hier praktisch auf diesen parallelen Linien. U A A. Auf diesen orangen Linien. Oder ich mache das Rv. Dann haben wir hier immer eine größere Steigung. Und was ich nun machen kann, wie gesagt. Mit dem Rf kann ich das Phi mir einstellen. Und mit dem Phi können wir hier nach oben gehen. Wenn wir hier Phi kleiner machen, schaut das so aus. Das ist also eine vollkommen variabler Maschine. Und das wird eben dazu angewandt für ein Drehzahlvariable Antriebe. Ist das eine ideale Maschine? Wir haben ein größeres Problem. Oder können wir die Drehzahl ändern? Ja, Drehzahl können wir ändern. Indem wir entweder den Ankerstrom umdrehen. Oder dann wird der Anker drinnen umgebohlt. Nord, Süd, Süd, Nord und so weiter. Oder wir tragen die Erregung um. Nord, Süd, Süd, Nord. Beides ist möglich. Beides wird gemacht. Das einmal zur Drehzahlvariabilität. Sehr gut. So, was haben wir jetzt beim Einschalten? Jetzt knallen wir das da drauf. Und jetzt schauen wir uns diese Linie an. Wir haben gesagt, das M ist ja vom Motorstrom abhängig. Und die innere Spannung war ja von der Drehzahl abhängig. Das heißt, das ist ja die induzierte Spannung, die erst auftritt, wenn da wirklich sich das dreht. Das heißt, im ersten Moment beim Einschalten, wenn die Drehzahl null ist, dann haben wir keine induzierte Spannung, keine UI, keine innere Spannung. Und das ganze UI wird da am Ankerwiderstand verbraten. Das heißt, ich bin da rüben, irgendwo, irgendwo da drüben wird sich diese Linie und diese Linie schneiden. Da habe ich ein wahnsinniges Drehmoment bei einem wahnsinnigen Stromfluss, das halt... Ich könnte das so designen. Aber warum sollte ich das machen? Dann baue ich Kupfer ohne Ende und Eisen ohne Ende. Das ist ja Wahnsinn. Deswegen wird das Anlassen... Ich meine, eins kann ich machen, wenn ich, wie vorhin erwähnt, die Ankerspannung und die Spannung da variieren kann, stufenlos. Dann fahre ich mit einer kleinen Spannung weg und je mehr die Drehzahl wird, desto größer wird meine Spannung und irgendwann bin ich auf der Linie. Das heißt, ich fahre da praktisch mit den parallelen Linien von unten weg und ziehe das so nach oben gemütlich, indem ich die Spannung erhöhe und irgendwann bin ich auf der Nennspannung und das war's. Wunderbar. Brauche ich aber nicht einen Spannungssteller. Alternative ist dieser Vorwiderstand, dieser RV, der halt mit verschiedensten Stufen hochgezogen wird. Verschiedenste Stufen bedeutet hier, dass wir hier einfach verschiedene Steigungen haben nachher, mit verschiedenen RVs. Oh, jetzt habe ich mal schön gezittert, runtergezogen haben wir das, das sollte linear sein alles. So schaut das aus. Verschiedenste RVs. Also hier oben haben wir praktisch RV gleich Null um und da wird RV wird größer. Jetzt fahre ich weg mit einem großen RV. Ich starte mit einem großen RV. Bei Drehzahl Null bin ich hier bei diesem Moment. Ich habe einen vielleicht leicht vergrößernden Ankerstrom mit diesem RV, aber das ist noch okay. Dann fahre ich da, bis ich eine gewisse Drehzahl erreicht habe. Jetzt ziehe ich es mal weg, die Maschine, bis ich eine gewisse Drehzahl erreicht habe. Wenn ich diese Drehzahl erreicht habe, bin ich halt hier irgendwo. Dann wird RV umschalten. Schalten wir RV um, dann haben wir plötzlich ein anderes RV. Aufpack, haben wir umgeschalten auf die zweite Linie, dann springen wir praktisch auf die zweite Linie. Das Moment erhöht sich, weil da der Strom erhöht. Und dann fahre ich wieder, dann zieht man es weiter hoch. Ziehen wir es weiter hoch, dann erreichen wir wieder praktisch eine Grenze, wo wir RV umschalten. Eine Drehzahlgrenze. Diese RV-Stufen und die Drehzahlen, die müssen natürlich für die Maschine passen. Springen wir da oben, fahre ich hoch. Springen wir da oben, fahre ich hoch. Springen wir da oben. Jetzt sind wir dabei. Die vorletzte Stufe ist vielleicht nicht so gut, das muss horizontal rüber gehen. Das sind die Drehzahlgrenzwerte, an denen das RV umgeschalten wird. Und irgendwann ist es RV 0 und dann bin ich auf der Zellgeraden, auf der Nenngeraden der Maschine. Also beim Anlass müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Gleichstrommaschine, also nicht einfach Bug drauf und fertig. Rennschau. Du Job. Weil da gibt es einen Einschaltstromstoß, der hat sich gewaschen. Da fallen die Sicherungen, üblicherweise. Da sind wir weit, weit, weit über den Endstrom. So schaut das aus. Anlassen können wir, Drehzahl können wir eine Variable machen. Wenn die Drehzahlvariable ist, können wir auch bremsen. Ja, können wir. Denn diese Linien da, das geht ja da praktisch ins Negative, geht das ja einfach so weiter. Das heißt, wenn sich das Moment umkehrt, sagen wir mal, wir entlasten jetzt die Maschine, dann steigt die Drehzahl ein bisschen. Wenn sich das Moment umkehrt und ins Negative geht, dann steigt die Drehzahl über die Nähendrehzahl an, über das N0 an, über die Leerlaufdrehzahl. Der Motor wird plötzlich zum Generator, die innere Spannung wird größer. Der Strom dreht sich um. Geht schon da hin. Und wir liefern schon ins Netz. Nutzbremsen heißt das. Kann man machen. Rückspeisen ins Netz, mit diesem Motor, geht das. Was kann man noch machen? Wir können hier den Ankerstromkreis, den Ankerkreis, nur in Ankerkreis, auf einen Bremswiderstand schalten. Das heißt, wir trennen hier auf und schalten den praktisch auf einen Bremswiderstand und vernichten an den Bremswiderstand die Energie. Das heißt, das UA wäre praktisch Null in dem Fall. Und das ist ein Bremswiderstand und das ist ein Bremswiderstand, dann vernichten wir die Energie in den Bremswiderstand. Ich fahre in den Berg hinunter, ich gehe vom Gas und erwarte mir natürlich, dass das Auto mit der Motorbremsökung bremst. Ich tue das auch, außer ich steige in die Kupplung, dann wird es wieder schneller. Und genau das wäre der Fall praktisch, wenn ich die Erregung abschalte, dann bin ich in die Kupplung gestiegen. Dann ist der Kraftschluss da, der hier über das magnetische Feld funktioniert, nicht mehr gegeben. Ich trenne und der Drahtseladung, es gibt keine Spannung, es gibt keinen Strom, an dem man das herbremst. Ein bisschen Remanenz, aber das ist... Erregung lassen wir drauf. Wir steigen beim Bergabfahren mit dem Auto nicht in die Kupplung und wundern uns, warum wir schneller werden. Nebenschlussmotor. Ich glaube, ich habe alles gesagt. So funktioniert der. Wie gesagt, Drehzahlvariable Antriebe, beim Anfang müssen wir ein bisschen aufpassen. Bremsen können wir, super. Super Antriebsmotor. Das nächste Mal sprechen wir über einen Reihenschlussmotor. Wie das funktioniert, sehen wir im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.